ok herzlich willkommen zu episode 2 rogues rankt hier ist entertainment mit mir dodo und der fripper ist auch dabei ich bin grace heute und er spielt reis auf der top lane wir sind noch immer noch in den bottom games ich bin mittlerweile wird zwei ich glaube du bist noch ein 1 oder ja ich bin aber noch level 1 mit 56 erfahrungspunkten okay und ja adam ist irgendwie nicht da okay wir haben eine mafia jinks ich denke es ist wahrscheinlich wer kauft sich schon ein dodo sondern skin und wir machen und keine verbindung wir spielen gegen reis bord war weg bis vor zum bort luk spot und zog aufbord das ist immer die gleiche bot lane so langweilig was ist mit dem adam los bei mir standen die ganze zeit keine verbunden haben es hat wohl schlapp gemacht also ich habe vor das ich habe vor auf diesem smurf zu meinen ich gehe mal noch mal die mit lane vielleicht kann ich den rice holen ein bisschen in invasion oh der rice hat just von mir Ich habe keine Zeit für Spielchen. Alter, komm, Reis, komm her. Ach, nein, nicht. Johannes, was meinst du da? Chillen, oh, sorry. Chillen. Voll verpennt. Kriegen wir den? Schon, oder? Nee, weiß nicht. Der hat kein Weh. Da mache ich viel Schaden. Ein Beschwörer ist zurück im Spiel. Yay. Komm, drücken wir ihn. Hörst, blöde. Hörst. Dein Kopf in unten. Versuch ihn. Ich bringe nichts, was dieser ist als du selbst. Oh, so an der Seite. Timer-Ding hast du immer schon so an der Seite deinen Out-Attacken. Siehst du ja. Mhm. Guck mal. Guck mal, am Rand. Am Rand, genau. Wenn er jetzt so weit rausgeht, instat töten. Siehst du? Wenn er so weit low ist, instat raushauen. Alles. Und als Graves musst du aufpassen wegen dem Nebenblock, weil du Out-Attackst das Dreck, was vor dir ist. Ich weiß. Oh, scheiß. Verdammt, das habe ich vergessen. Das ist ein Kinderspiel. Das ist ein Kinderspiel. Entstand zu dir. Die haben sich nicht ausgesucht. Rupfen wir einen Hut? Ich geh mal auf die Midlane. Was meinst du? Oh man. Alter meine Beine. Das wird etwas Hitze. Ich habe keine Zeit mehr. Oh man. 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 Nein. Ich bedränge nichts was wieser ist als du es erhebst. Oh. Oh ich bin Farm King. 15 Farben. Warwick hat 2 Farben. Ja klar das du der beste Farmer bist. Was? 26 hast du. Na. Aber der Gegenschreiber hat beinahe so viel beinahe. Ja irgendwie schon. Aber du hast mir jetzt ebenso viel genommen halt. Du hast halt so. Deine Außetexte sind so viel stärker als meine. Ja. Die haben die falschen ausgesucht. Die haben die falschen ausgesucht. Irgendwelche Geistesblitzer. Was ist los? Der Scheiß. Potman. Komm her. Ja. Das ist los. Das ist los. Ja. Ja. Das ist los. Ja. Das ist los. Ja. Ja. Oh, was hat der gemacht? Draven signalisiert, vorsichtig zu sein. Rupfen wir ein Hut hin. Alter, Lux-Ulti. Oh, ich hasse es. Oh, du Feeder. Im Bot-Game gestorben. Shame on you. Ich wahl. Tut mir leid. Aber du hast doch gesagt, fünf Kills kann man ihm geben. Wir sind erst bei drei. Ja. Also einen pro Person halt. Ja, einen pro Person. Ich bin einmal gestorben, das war's dann. Ich glaub, Draven ist schon zweimal gestorben. Ne. Einmal Ash, einmal Draven. Okay. Junker. 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 Oh, Mann. Ah, ich bin richtig verschlafen. Hast du schon etwas angemerkt? Ich bin schon wieder gestorben. Versuchen wir es. Einfach einmal draufgeschossen. Haha. Neben dem. DJ. Ich bin schon auf. Und auf. Ich bin schon auf dem Weckling gegen die Flamen. Was braucht man eh eigentlich? Findet sich auf den Feldfahrer schneiden. Das war's. Oh pfff... So soll ich jetzt den Tower? Ja, ich kämpfe gegen zwei. Oh... 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 Ich weiß nicht, wie man mehr Skillshots treffen so müde bin ich. Haha... Es ist aber schön, wenn man bloß vier Stunden schläft. Fah! Fah! Mhh... Was kann ich denn heute so? Kann man sich auf dem bauen? Nein, das fehlt mir nix. Ich kaufe mal Essence Referee. Oh, wuss ich kommt. Obfeln wir ein Hühnchen? Ich hab... 20% Lebensraub, okay. Blood first star. I'm walking. Yes Cindy, I'm talking. Ich hab... Versuchen wir's. Lass mal Mitte pushen und beenden. Das heißt, wir sterben will mir nicht Level 5 werden. Das heißt, ich hab... Hm. Wenigstens krieg ich noch die Tastenkombinationen, ey. Ja. Denken wohl, ich blöffe. Ganz ruhig. Ich hab... Also, was macht man mit RICE eigentlich so? Was? Was macht man mit RICE eigentlich so? Viele Schaden. Magischen Schaden. Ja, magischen Schaden. Und wo spielt man mit RICE normalerweise? Midlane? Sublane. Oder Midlane. Okay. Was macht man mit RICE normalerweise? 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 Oh, re-pot. What you guys? Okay, Jinx is doing. Oh, so ich hab den Hinden die Tauer rein. Oh, so ich hab den Hinden die Tauer rein. Die Clan. Ach, die Bossies sind so dumm und so schlecht irgendwie. Die haben mich als Warwick, also die Gegner hatten Warwick und das Forze und mich einfach nicht. Takk, du hättest. Ich glaube das sind Schuhe Oh man die Mid Tower da, der nervt Ah der nervt 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 Oh Draven ey der Feeder Ich hab's ja nicht erwischt Ah der hat mir Ulti verschwendet Ja Du KS Wenn du sagst Also das war wieder ein Game Das ist die zweite Road to Ranked Bis zum nächsten Mal Servus Oh Gott